In weniger als zwei Flugstunden erreichen Sie die bei Urlaubern wohl beliebteste Mittelmeerinsel, Mallorca. Dank des kristallklaren Wassers, der wunderschönen Hotelanlagen und der lebendigen Inselhauptstadt Palma ist es kein Wunder, dass die größte Baleareninsel jedes Jahr so viele Menschen in ihren Bann zieht. Erleben Sie mit Donauland die Königin der Balearen von ihrer schönsten Seite. Mit der berühmten Kathedrale und der pittoresken Altstadt gehört Palma ebenso zu den Highlights ihrer Reise wie die vielen unvergesslichen Aussichten auf das Mittelmeer. Die historische Eisenbahn, die von den Einheimischen liebevoll der Rote Blitz genannt wird, verbindet Palma mit der kleineren Stadt Soler. Soler ist zugleich Ausgangspunkt einer Tour durch die malerische Westküste Mallorcas. Hier liegen bezaubernde Dörfer wie das romantische Vorner Lutsch. Die abwechslungsreiche und faszinierende Natur Mallorcas wird Sie am Kapformentor endgültig beeindrucken. Rund um den Leuchtturm des Kaps haben Sie einen unvergesslichen Blick über die Steilküste der Insel. Zum Baden laden Sie ruhigere Buchten ein. Diese bieten Ihnen genug Möglichkeiten, sich nach den vielen Eindrücken zu entspannen und die Seele baumeln zu lassen. Hier erleben Sie Mallorca garantiert von seiner Sonnenseite. Untertitelung des ZDF für funk, 2017